Es war einmal ein Yoshi. Der hat ganz viel gewonnen. Dann kam ein Zarge und dann hat der auch ganz viel gewonnen. Ende. Nicht verzagen, Zargebum. Manu fragen. Was? Zarge was? Nichts. Achten wir lang nicht mehr. Erstmal was richtig gediegenes waren. Kumo war das auch was schönes. Man sieht halt so, es gibt halt so gerade zwei Anforderungsbereiche. Alter, jetzt gebe ich wieder die ganze Zeit die Map. Nein, ich will nicht die Scheiß-Regenbogen-Strecke. Die Scheiße. Manu willst du wieder mein Negativ-Report einstellen kommen? Nein, so schlecht bin ich auch nie wieder nicht. Wir können ja auch mal versuchen, alle Erster zu werden. Geht das? Ja klar, geht das. Komm. Ja, wenn wir jeder jeden Platz einmal machen. Lass das mal versuchen. Neop. Neop. Neop, mach dich nicht selbst über dich lustig. Dann bin ich mal Erster und Letzter gleichzeitig. Da steht zweimal, ne. Wäre mal zweimal zweimal? Nein. Wie soll man das jetzt schaffen, dass jeder... Ach gut, Scheiße. Ja, gut. Hallo Zarge. Ey, ich werde mich da vor dem Items gespawnt. Wie lächerlich. Oh, fast schon wieder runtergefallen. Danke desync, dass ich ein Item kriege. Nein, 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 nein. Ich bin grad jetzt angefahren. Oh, die grüßt. Oh, die grüßt. Die grüßt. Oh nein. Wow, war das knapp. Jetzt habe ich so eine Bullshit-Pflanze. Nein, ihr könnt runter. Ich auch. Ist auch so eine geile Pflanze. Ich bin so scheiße auf dieser Map Nein Kennt ihr das? Nein, runtergefahren Und nur flucht Und dann Mit dem Stern, den ihr spawnt Ist das dein Ernst? Und dann klaut mir jemand noch meine drei Filze Ich war das Tschüss, Josh Mit der Rakete kommt er jetzt hier angerauscht Was soll das denn? Das Gefühl bei Josh läuft gerade nicht so Ich bin immer noch mit nicht laufen Zweiter Okay, jetzt nicht mehr Oh, Josh Nein, 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 nein Nein, nicht voll runter Oh, ich fände so was Oh, nein, nein Warum habe ich diese Map gewählt? Nein Setz mich ab, Lakito Stüss Hä? Ja, nein Ich habe mich voll drauf eingestellt, dass ich vierter bin Das ist für ein guter Erfolg, ein Start hier Oh nein Ich bin gesprungen und runtergeboostet Das war mega bitter Aber es war nachher richtig knapp Ja Ja, ich habe schon gemerkt, wo du ja gesprungen hast Und ich denke mir so, hä? Näh, nicht Käse Weißt du, auf welcher steck ich jetzt? Bockkäse? Keine Käserunde Keine Käserunde Keine Käserunde, ja Oh, ich dachte schon, die kommt dran, ey Ich bin ein bisschen enttäuscht Manu hat fünf Punkte, was? Manu hat genauso viel wie in der letzten Folge Und gleich geht die Aufnahme wieder nicht Hat er ja nicht letztes Mal sechs? Letztes Mal hat er sechs gehabt Okay Ja, das kann sein Ja stimmt, weil du noch meintest hinter ihm sein zu müssen im letzten Rennen Alter, ich kann nicht driften Wieso fahre ich eigentlich ganz halt denselben Wagen, mit dem ich eigentlich gar nicht klarkomme? Verpiss dich Bitte bleib dabei, bitte bleib Ey, wer rommt mich hier die ganze Zeit noch an? Ich bin das Mann, das hat nicht geklappt, meine Abkürzung Ey, Manu Was los? Aber er hat mich runtergekickt Fand ich jetzt nicht cool Ja, aber ich? Ich fand das auch gar nicht so schlecht, um es mal ehrlich zu sagen Ach, komm schon! Boah, die Grüne, ey Alter, Neo hat mich gerade mit seinem Stern, äh Gehörgegeben Boah, nee, du hast so lackt Eigentlich attackiert und ich habe nicht einen Boost bekommen Ist das eigentlich euer Ernst, ja? Ey, wer klaut mir meine Feuer-Neos? Ich war das Feuer-Neo Ich will keine Feuer-Neos, die sind kacke Ja, du hast mir geklaut, ey Ja, wie du haltet nicht irgendwas Cooles bekommen können Boah! Nein, nein, nein Ey, was will ich mir in der Banane als... Meine Fresse! Das kann nicht dein Ernst sein, Josh Nein! Kann es einfach nicht sein, Josh Kann der Feuer-Neo auch mal gewinnen? Nein! Komm bitte noch ne Rude! Nein! Nein! Wieso ist denn Neo hier? Alter! Was ist das denn hier, ey? Das für ein Bug! Das machen wir hier über uns, was ist das? Das für ein Bug! Das kann doch nicht sein, Josh Wir sind immer Erster und Zweiter Kann doch kein... Ist das etwa ein Bug? Was ist das denn für ein Bug? Also mir wurde... Ist das etwa die erste Folge, wo ich nicht mal Erster oder Zweiter werde? Ja, in der letzten Folge wurde mir in die Kommentare geschrieben Ich soll ein bisschen an Gleichberechtigung denken Als ob... Neos haben auch Träume und die sollte man nicht komplett zerstören Ja, cool, okay Komm, dann gönnen wir jetzt mal äh... Und... Und Manu sollte sich ja nicht sein Apro ausreißen Das wäre mega bitter Oh, die Strecke ist cool! Nein! Oh, weil ich hab' gewonnen Hallo! Warum? Die packten wir doch eher... Ey! Willst du nicht, dass ich Erster werde? Der hätte ich lieber Baby-Park bekommen, Leute Ja, siehste Eigentlich ne schöne Strecke Baby-Park, Baby-Park Im Finale nochmal so Bosas Festung oder so? Das wäre doch das einzig wahre Jo... Ach... Ne... Basas Festung... Frust-Left... Frust-Level-Höhe Basas Festung Haha Hallo? Hallo, ne Junge? Alter, was macht ihr denn hier? Ist das der Ernst? Naaaaan! Jetzt werde ich meinen ersten Platz abgeben müssen Bin mir dazu zwölfzig Prozent sicher Hau doch mal! Rät da nicht so'n Quatsch Oh, geil, ne Münze! Nicht dein Ernst! Ne Rode! Ach komm! Ne! Die schmeißt mich auch noch runter! Und was ist da los denn? Ja, ne... Muss ich die Kurve auch noch so bullshittig fahren Ey, ich wollte doch gar keinen Boost, Mann Ich fahre immer runter Hab ich da irgendwen mit meinem Boomerang gerade getroffen? Oh, ey, warum fall... hä? Hä? Wo ist denn jetzt, warum ich mich auf einmal erster? Jetzt passiert Was ist denn das für ein Bug? Ey, auf einmal falle ich nur noch runter, was soll denn das? Oh nein! Ich fall auch runter! Ja! Ich auch! Das für ein Bug! Ja genau! Hau die Pflanzen mich rein! Und das für ein Bug! Ja, ge-ge-zage! Hä, wo seid ihr denn? What the fuck? Wir haben uns gerade ein bisschen aufgehalten Wie soll das denn? Wo seid ihr denn? Nein, die rote kommt nicht mehr an! Jammel! So, jetzt bin ich mal auf die Punkte, ey Jetzt bin ich einmal erster, einmal zweiter, einmal der drinnen Ich bin immer noch am fighten Ist halt lächerlich, ey Ich bin halt immer noch voll am fighten, ey Ich kann noch gewinnen? Sage, wenn ich erster bin, ist halt nicht schlimm Dir reicht ein zweiter für ein Sieg, wenn ich erster bin Ich kann... warte, wirklich? Kann ich noch ge- Warte, 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 was? Ey, da komm ich jetzt nicht drauf klar Jetzt bin ich hier richtig am pumpen, ey Das ist noch spannender als immer, wenn ich gegen Josch kämpfe, ey Der Druck ist höher, ne? Der Druck ist höher Das ist gerade für mich so ein Gefühl Das ist gerade Höchstleistung, die ich hier vollbringe Grusel, wie leist das dein Ernst? Jedes Mal, wenn er denkt so Boah, keine Ahnung, was ich jetzt fahren soll Ich grusel mich jetzt schon Jaaaa! Ich werd nicht erster Ich werd schon mal nicht erster Ja, geh, geh, ich werd Letzter der Gesamtwertung, ey Ich gewinn die Scheiße einfach nicht Ich werd, ich werd schon mal nicht erster Das Thema schon mal ruhig mit erster wäre Okay, Duell Neo Ja, Zarge GG zum Gesamtsieg Neooo, du sagst das nicht zu früh, ne? Ey, Mannu! 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 Wenn du vierter wirst, ich dritter sind, war punktgleich Das ist auch okay Ne, du Okay Dann halt anders Du hast das so gewollt Wir haben ja keine Items Das ist ganz geil Ohne Spaß haben die die Blaue irgendwie rausgepatcht, oder was? Ja, bestimmt, wir haben schon wieder keine Blaue gehabt, ne? Das kann doch nicht sein, dass wir den ganzen Folgen noch gar keine Blaue hatten, ey Ey, Neo, fress mich an der Pflanzige, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein Ey, ich fress gerade nur rote, Mann Ja, warum überholst du Neo? Ich wollte Neo da treffen Ah, du, du musst Neo noch einen holen Ja, wir bekommen ja keine Items Dann sammeln sie ein Als ob Neo 2 da ist, auf, auf, auf Nein! Ja, hab ich Neo nochmal getroffen, endlich Nein! Es ist so lächerlich Nein! Jawohl! Komm, Anu! Komm, Anu! Nein! Ah! Da flitzt noch der dritte Platzhirn weg Alter Schwede Ich bin napp, ey Hab ich den Neo nochmal mit meinem Feuer Neo, ey Letzte Runde nochmal geholt, ey Da hätt ich mal Erster werden können Die Chance ergibt sich auch nur alle 20 Folgen Alter Eigentlich hättest du ja mal gönnen können, aber Nö Tut mir echt leid Äh, Antwort hatte Neo, 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 Neo Tschüss! 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 Ja! Tschüss! Ciao, Leute! Hey! War doch nicht eine tolle Folge, lass den Daumen nach oben da! Tschüss! Tsk! Tsk!